Die zu veräußernde Einzimmer-Etagenwohnung befindet sich im oberbergischen Kreis. 1981 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer und einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 43 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf ca. 30.800 Euro. Wir freuen uns, die näher zu informieren.